Willkommen zu diesem, wie ich doch finde, recht schönen Sonntag. Ich gucke gerade raus und das sieht zumindest relativ nett aus. Ja, es ist mal wieder so weit. So, und da war wieder das also als beliebte, berühmte, so, dass ich einfach hasse. Egal. Nun, große Ankündigung gibt es nicht, außer vielleicht, es ist vielleicht zu sagen, dass das ganze Programm und die Uploads momentan relativ gut funktionieren, dass alles relativ pünktlich kommt, außer vielleicht der letzte Magitech-Part am Freitag, der irgendwie verplant war. Und vielleicht noch, genau, die Thumbnails sind des Öfteren nicht da. Ich weiß nicht wirklich, woran das liegt. Ich lade die hoch, ich stelle die ein und dann sind sie plötzlich wieder weg. Keine Ahnung, wieso das passiert. Ich glaube, das ist momentan das einzige Problem, was ich noch habe. Und jetzt können wir auch schon zum Upload-Plan gehen. Da haben wir natürlich wieder, wie sich jetzt schon eingespielt hat, von Montag bis Freitag, haben wir eine Runde Magitech, wo wir uns dann darum kümmern, dass unsere Hütte ein bisschen weiter ausgebaut wird. Das ist nun dann das Hauptprojekt. Und am Wochenende natürlich wieder Minecraft Reloaded, wo wir nochmal über die Farm gucken und einen kleinen Ausflug machen. So, und um 18 Uhr haben wir Montag, Mittwoch und auf Freitag Crysis. Was auch relativ gut läuft. Und zwei neue Projekte haben wir ebenfalls drin. Dienstag und Donnerstag versuchen wir uns mal an Life is Strange. Was schon ein relativ kompliziertes Projekt ist irgendwie. Und am Sonntag, da haben wir auch ein neues Projekt Besiege. So ein kleines Puzzle-Spiel sozusagen. Irgendwie relativ lustig das Ganze momentan bei Steam im Early Access verfügbar. Und den Samstag habe ich natürlich vergessen, um 18 Uhr natürlich wieder ein weiterer Part. Elite Dangerous, wo wir natürlich noch eine Verabredung mit jemandem haben, den wir immer noch jagen müssen. Genau. Das war es jetzt auch wieder zu diesem Upload-Plan. Ich gucke mal, dass ich nächste Woche mal wieder was Interessantes und ein bisschen mehr zu erzählen habe. Vielleicht sollte ich auch einfach mal so irgendwas erzählen. Ich muss nicht mal drüber nachdenken. So, das war es auf jeden Fall. Also dann, Tschüss und bis zur nächsten Woche.